Servus Leute, willkommen zurück zu Hyper Dimension Neptunia Reaper 3 Regeneration. Wir kämpfen jetzt gegen Ray Wright, oder wie die gute Dame heißt. Sie ist allerdings ein bisschen bekloppt, ein bisschen sehr bekloppt, aber wahrscheinlich liegt das nur in ihrer CPU-Persönlichkeit. So, ich habe jetzt allerdings ein Problem, weil ich wollte eigentlich mit Istoam einen Mega-Move auspacken, aber sie fängt ja an. Also mache ich mal das. Ich habe wieder umgestellt auf Englisch, in der Hoffnung, dass hiernach wieder eine englische Sprachausgabe kommt. Wenn nicht, muss ich es wieder umstellen auf Japanisch, wie immer eben. Boah! Das war nicht so viel. Wer hat eigentlich mehr Angriff? Neptun oder Noah? Ich glaube Neptun hat mehr Angriff, das heißt... Ich werde mal ein ganz schlauer Mann sein hier. Und werde Istoam aufmotzen, damit sie dann mit einem Mega-Move kommen kann. Komm her, Mama! In one go! Ja, nur habe ich nichts zum Finischen. Boom! 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 Au! Hast du Noah gewonnen, Hitte, du dumme Nuss? Ich will unleash some of my Predecesors' Power. I shall dirty your eyes. Yeah! Insolent! Yeah! May your presence beendet in the darkness of your dreams. Insolent! Ja! Ich will aber eigentlich, dass Noah am Leben bleibt. Ich meine, ich könnte jetzt wechseln, ja, aber... Kommt bald garantiert nichts aus. Ich mach mal weiter. So, jetzt kick ich dich erst mal ins Universum. So, und jetzt... So, und jetzt... Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich könnte... Egal. Mach mir das Beste draus. 10.000... Nicht. Mach's anders. Ich mach 70%. Weil das ist mehr. Sieht's mit Isti aus. Ja. Ha! Daneben! So. Boom! 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 I can go any time! Ist du in Ruhe? Was ist los mit dir? Ich boxe dich. Ich greile dich. Lass einfach Isti leiden lassen. So. Die Frage ist, reichen 70%? In meiner Distort fast alles verloren. Ich glaube nicht. Ich geh mal all in. Ist klar. Was ist los mit dir? Gut, nochmal. Nein, nicht Kumpa. Nicht du. Oh, Isti ist total weggeboxt worden. Komm her. Ich glaube, die ist sauer auf Isti, weil... Weil sie mächtig ist. Okay, Stärke. Ich könnte mich verstärken. Au! Das... ...war nicht gut. 50%. Die anderen sind alle geheilt. Ich hoffe einfach mal, dass... Wobei, wenn ich mir die Lebenskraft angucke, will es 50% nicht ausreichen. Ja! Ich muss meine Stärke jetzt ausspielen. Ja, das war mir schon irgendwie klar. Aber das Problem ist, ich brauche Pichy, weil die reinhaut. So. Au! Toll, meine HDD-Form habe ich jetzt nicht mehr. Und das Schlimme ist, danach ist nochmal die... Dangerous Play. Gift und Blitz. Man kann Doppelschaden. Also Doppel-Effekt. Plutio und Pichy. Ist klar. Mann, du gehst immer auf die... Immer auf dieselben Person. So nicht. Verdammt, ich muss mich hinter Isto A stellen. Das gefällt mir gar nicht. Weil wenn die... ...jetzt durchdreht und angreift... Also wenn sie Isto A angreift, dann wird Kumpa das auch erwischen. Und Kumpa stirbt da dran. Kumpa, 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 Kumpa! Komm her! Wie ist das? Das funktioniert überhaupt nicht. Jetzt. Es ist mein Turn. Ist das aus Movement gelähmt? Bum, Bum, Bum. Aber ansonsten sind alle relativ fit. Oh, hinter wem verstecke ich mich? Ich muss mich relativ zurückhalten. Du bist auf Isto A losgegangen. Moment, du hast die X-Drive, oder? Ja! Das ist dein Ende. Irgendwie schnipsen alle Figuren. Warum auch immer. Noa macht das auch. So, jetzt schauen wir mal, ob Sprachausgabe ist. Ich-Immpossible! Ah! 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 Mommy! Mommy, wake up! Mommy! Neptun, sie just... Ja, sie transformiert. Ich denke, dass Creeper gesagt hat, sie hat powers ähnliches zu uns, aber... Das ist nicht nur so ähnlich, es ist das gleiche gleiche Sache. Oh, gut für dich, Noir. Du hast nicht tritt, für einmal. Oh, ich planne um die Dinge, aber ich denke, dass wir sie trotzdem brauchen, um ein paar unserer Fragen zu stellen. Sadie, nichts zu schweres. Du verstehst du? Was soll ich damit machen? Was soll ich damit machen? Nein! Das ist ein Blut! Enough mit den Sorgenen. Insofern, wir brauchen sie zurück mit uns. Wir müssen sie auch behandeln. Verdammt, so sieht es, dass wir einfach ein paar Unwanderung bekommen haben. Mann, sie hat sogar verloren, wenn sie so war? Das ist so, dass sie sich auf den wichtigsten Momenten aufstehen. Dann ist es alles auf dieser Seite. Ich hoffe, dass die Dinge super aufstehen sind auf der anderen Seite. Doch. Maybe I'll get one last bit of excitement after all. Was zum Henker? Die ist so creepy! Was zum Henker? Die ist so creepy! Der andere Hicke hat verloren. Achso, das ist... Ja, das lese ich gerade. Ähm... Die von der gegenwärtigen... Dimension. Und die ist so... Ah, dein Gesicht! Warum müssen in solchen Spielen so Leute immer so creepy Gesichter haben? Ja. 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 Fertig, bitte antworten! Hahahaha! Sollte du was zum Schluss nicht mehr! Aber das ist so gross! Ich bin immer wieder so großartig, dass ich mich schaffne das Problem anstrengieren kann. Oh! Das ist so gross! Keine Ahnung, ich habe schon gesehen, was ich gesehen habe. Das ist das Problem, nicht so! Na Na, schnell und schnell. Nämlich sind wir nicht so wütend! Nicht so wütend! Ich glaube, das ist nicht so wütend. Ich denke, dass ich nicht so wütend bin, dass ich nicht so wütend bin, weil ich mich nicht so wütend bin, weil ich mich nicht so wütend bin, weil ich mich nicht so wütend bin. Das ist die ganze Zeit. Das war's für mich. Ich bin sicher, dass ich mich schrecklich fühle. Diese Person ist wieder so schrecklich. Sie sind auch in einem Schwenk. Mama, ich bin immer noch so schrecklich. Ich weiß nicht, dass ich mich überraschend bin. Aber ich weiß nicht, dass ich mich immer so schrecklich fühle. Ich weiß nicht, was ich? Ja, genau. Ich würde mich nicht mehr wissen, was ich mit mir zu kommen. Oh, ich bin so viel zu tun. Oh, ich bin nicht mir. Ist das wirklich ein Mensch? Ich würde es nicht verstehen, ob ich es nicht. Ah, ich habe einen riesigen Hase. Ich muss mich aufnehmen. Oh! Ich bin! Oh, Mama ist es! Oh, hier ist es! Oh, hier ist es? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ich bin okay. Ich bin okay. Oh, Riya. Es ist ein riesiges Koffer. Mama! 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 Mama... Was ist das? Was ist das Problem? Hier ist der Planeten. Ich bin so ein Schild, der Kompon. Ich habe mich gerade mit Ihnen verabschiedet, und um mir dabei zu sehen. Sie haben nichts zu sagen. Sie haben die Dinge zu erzählen. Aber ich habe die Dinge. Sehr gut. Das ist das Problem. Was ist das Problem? Ich bin so ein Mensch. 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 Es war nicht so gut. Sorry! 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 Ich habe mich sehr gut in Ordnung. Sorry! Entschuldigung! Ich bin immer wieder. Ich glaube, es ist die Wahrheit. Ich glaube, es ist die Wahrheit. Ja, ich bin bald auf der Karte. Aber du bist... Leih, du bist. Du bist auch eine Frau. Ich weiß, dass ich mich nicht verletze. Ich weiß, dass ich mich nicht verletze. Ich habe es so richtig gesagt. Ja, ich war es. Ich dachte, dass ich mich nicht verletze. Maman und Megumi? Wir sind alle zusammen! Das ist alles klar! Es geht nicht darum, dass ich noch ein bisschen lange überrasse bin. Ja... Dann... Ich werde kurz vor kurzem sprechen. Das ist schon... Es ist schon lange lange... Es ist ein weiteres Jahr. Ich denke, dass es noch niemals ein paar Jahre gibt, oder es noch niemals ein paar Jahre. Ich denke, es ist wirklich ein langes Geheimnis. Ich würde es gerne mit einem Teufel für einen Teufel geben. Dann wird es mir geben. Ich bitte auch ein Teufel für den Teufel. Das ist eine Art des Land. Ich will, als ich das hier in der Erde sehen kann. Aber das ist, als ich das Konzept nicht geflüchtet habe. Also habe ich mich nicht wirklich in die Welt gesehen. Das ist auch nicht ein Land. Ich kann mich nicht in die Welt erkennen. Ich kann mich auch nicht verletzen. Ich denke, das war die Welt nicht so einfach. Ich denke, dass das irgendwann mal die Welt auf der Welt herausfinden soll. Ich habe einfach einen Schnellen gemacht, aber ich habe einfach einen Schnellen gemacht. Oh, das ist jetzt? Wie sieht man das? Das ist doch ein Schnellen, nicht wahr? Oh, das ist doch... Oh, das ist doch auch, wie sieht man... Das ist, also sehr vor allem. Oh, das ist wirklich ein Schnellen. Was ist das denn? Es ist ein Zeug. Er ist eine kleine Geschichte. Das ist eine Karte, die Mama ist interessant. Was ist das, Haku? Ich habe alle gesagt, dass ich nicht so sagen kann. Ich dachte, ich habe es gut gemacht. Ich habe mich nicht geworfen. Ich bin so nah. Ich bin nicht geworfen. Ich denke, ich bin ein richtiges Tipp. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Tuckmik. Das war's für dich, aber... Das war's für dich. Das war's für dich. Das war's für dich. Das war's für dich! Wenn du dich wiederholen kannst... Das ist ziemlich interessant! Es ist nicht so, was ich? Kohlra, du hast es nur eine Tuckkommik zu tun. Aber... ...ich... 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 Ich denke, es ist ein paar Worte, aber ich habe nur, wenn ich mich herausgekommen habe, war ein Mensch. Ich habe mich als Mensch als Mensch, und habe mich in die Hand genommen und in die Hand genommen genommen. Ich habe mich, wie gesagt, 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 wie gesagt. Das ist ein Name der Tari. Tari, das ist das Name. Do you know, Brun? Ich habe eine alte Buchstabe gesehen. Es gab, dass wir die Welt der Welt überwunden haben, und wir hatten einen Krieg und den Krieg. Ich dachte, dass es ein Kind ist. Ich dachte, dass es nicht so ist. Vielleicht ist es in meinem Leben. Es gibt noch Zeit, aber ich werde es jetzt nicht mehr verraten. Ich habe schon gesagt, dass ich mich so erzähle, dass es so ist. Ich bin so sehr traurig. Aber ich dachte, dass ich mich über 30 Jahre alt bin, als ich über 30 Jahre alt bin. Ich bin so glücklich, dass ich mich über 30 Jahre alt bin. Ich bin über 30 Jahre alt. Ich habe mich über 20 Jahre alt. Doch, ich werde weitergehen. Nee, das ist das 2. Ich kann so schnell sehen, dass ich die neuen Film so schnell verabschiede. Ahahaha, das ist toll, das ist toll, das ist toll. Das ist toll, ich kann das so schnell nicht so schreiben. Ich bin nicht so einig, was ich nicht so einig, was ich? Sie haben, dass ich die Geschichte von mir ausprobieren kann? Ich habe mich als eine große große Welt der Welt gefordert, um die Welt zu erweitern. Am Anfang war ich, dass es eine Rolle von dir gefordert. Ich habe mich über die Menschen gefordert, um zu einem neuen Menschen zu erweitern. Ich habe gedacht, dass ich das Gefühl habe, wie einfach ich mich nicht zu wissen. Ich bin normalerweise so, aber ich glaube, dass ich mich immer so fühlge, dass ich mich daran erinnere. Ich glaube, dass ich mich gar nicht so fühle mich, dass ich mich nicht so fühle mich, aber... Ich glaube, dass ich mich nicht so fühle mich. Ja! Ja, ich habe einen Punkt für einen Gewinn. Ich bin der Mann, der ich an den Röden bin, und ich habe eine Art von Röden, die ich zurückgekehrt. Was? W-Wir werden diese Person auch als Pol-Röden-Sam? Es wäre wie ein Typ, der Röden-Sam? W-Wir werden die Person ja zur Leer-Sam? W-Wir werden die Person dann am Fleur-Sam? Sie sind nicht zufrieden, was ich? W-Wir werden die Person nicht zufrieden. W-Wir werden die Person nicht so betraue, als sie gegen meine Mannschaft in die Röden-Sam. W-Wir werden die Person nicht so gut gekehrt. Aber sie sagen, was sie sein, als sie nicht so gut, als ihr euch etwas schwer habt? Ich habe das Gefühl, dass ich so etwas an. Ich habe mich immer wieder gegründet, und ich bin mir... Ich bin mir... Ich bin mir... Ich bin mir... Ich bin ein Witziger... Ich bin ein Witziger von einem Witziger von Witziger. Ich bin mir... Ich habe mich sehr gut gemacht. Wenn du die Situation vorst, sieht man sich aus. Und du hast wirklich geholfen? Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich das gemacht habe. Das Grund der Heiligen Geist ist ein Verwanderungs-Geräusch. Das ist das Verwanderungs-Geräusch. Das ist das, was ich bin. Und ich habe es so gemacht. Ich habe 3,000,000,000. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Nep nep, Moro. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich habe mich immer wieder ein wenig Kraft gemacht. Die Menschen sind schon immer wieder herausgekommen. Ich bin so schön. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe mich immer noch nicht verletzt, aber ich habe mich nicht verletzt, aber ich weiß, dass die Frau eine Welt zu schaffen und zu unterstützen, ist ein Fehler. Das ist wirklich ein grosses Wettbewerb. Das ist wirklich ein grosses Wettbewerb. Das ist wirklich ein grosses Wettbewerb. Ja, das ist nur das, dass du es nicht möglich war. Ja, genau. Das ist es. Das ist wirklich ein grosses Wettbewerb. Ja, das ist wirklich ein grosses Wettbewerb. Das ist die Wettbewerb. Das ist wirklich ein Wettbewerb. Ja, das ist das. Das ist das. Was ist das? Ja, genau so! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Du hast keine Mama, Mama. T-to-nest 잘�en, was ich auf jeden Fall verstanden? Was ich wirklich? Ich habe mich nicht daran geschleppt. Ich habe mich nicht zu gewusst. Es gibt nur ein paar Länge, die ich nicht so mache. Was ist das? Wo ist das? Das ist jetzt schon so, dass du das Kraft der Frau verletzt. Warum hast du das Kraft für mich, wie viel Kraft für mich? Ach, das ist das jetzt… Das ist das… Das ist das! Das ist das! Das ist das, was ich so schadet, wenn ich so... Ich habe noch nicht mehr решiert. Ich habe noch nichts mehr решiert. Oh no! Na-Nani? Wie war das? Keep going! Bitte um... 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 Ich glaube, immer so wie das. Ja! Und dann, so machen wir das! Achtung! Achtung! ... ... ... ... ... ... ... Was ist das? Es ist so, dass ich mich wiederholfen habe. Was ist das so schwierig? Oh, sorry, ich habe mich verletzt. Um, um, um zu erzählen, muss ich darüber nachdenken, aber ich kann es nicht sagen, aber ich kann es nicht sagen. Was ist das? Was ist das? Ja, ich bin sehr短. Das ist nicht so dumm. Es ist nicht so lange. Ja, dann... Ihr kennt euch das schon, nicht? Hier ist es eine andere Art und Weise. Hier ist es eine sehr gute Welt. Das ist die Welt, nicht? Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist eine Art, was ich in der Art und Weise. Ich denke, dass ich es manchmal etwas passiert. Aber ich denke, dass ich in der Welt bin, dass ich noch eine andere Person bin. Ich bin, ich bin, ich 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 bin. Ich habe mich überrascht. Das ist... Es gibt eine Möglichkeit, dass ich nicht sagen kann. Nein... Natürlich ist es kein Schmerz. Ich kann auch nicht sagen, dass ich nicht glücklich bin. Es gibt keine Vorstellung. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin ein Mensch als normaler Mensch. Aber ich bin natürlich mein Mann. Ich habe nichts gemacht. Ich wollte mich nicht ändern. 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 Und ich wollte mich nicht ändern. Ich habe mich nicht ändern. Ich hoffe, das ist es命. Ich hoffe, dass ich mich nicht ändern. Ich bin der Grund. Ich bin der Grund. Ich bin der Grund. Ich habe mich nicht mehr getan. Das stimmt. Mei-san, vielen Dank. Hm? Wie soll ich... Warum bist du da? Hast du schon gehört? Ich habe gehört. Mei-san, wir haben mit Neku-chan gesehen. Das stimmt. Ich glaube, ich habe auch ein Interview gemacht. Es ist natürlich ein Beispiel. Ich bin so für Mama. Ich bin so für Mama. Ich bin so für mich. Mein Samuels und mir war es so, weil ich mich nicht zufrieden habe. Das stimmt. Ich bin so für meine Fragen. Ich bin so für mich. Okay, ich bin so für mich. Ich bin kurz vor, dass ich mich zurückgekehrt habe. Ich weiß, dass du noch nicht die Kraft hast. Ähm, das ist eigentlich nicht gut, aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so gut verwendet. Aber ich weiß, dass ich mich nicht mehr so gut verwendet habe. Ich habe gesagt, dass ich mich nicht mehr auf die Seite gewöhnt. Oh, Power Up! Das ist was das, was ich? Ich glaube, dass es sich in ein paar Worte berührt. Das ist das, was ich? Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, dass es nicht so wichtig ist. Ich glaube, dass es nur ein Verständnis gibt. Ich glaube, dass es nicht so wichtig ist. Ich will jetzt noch zwei Punkte, aber... Ich habe noch etwas, was ich noch etwas falsch gemacht haben? Erstens, wie können Sie wissen, wie können Sie sich selbst aussehen? Ah, das ist... Wie soll ich sagen? Erstens, mein力 ist, dass ich mich verletzeuge, dass ich mich verletzeuge. Ja, nicht. Ich habe noch nicht die Handlungen, was ich Krowerle gesagt habe. Krowerle vonm? Eason, wo ist es so ähnlich wie ein E-St-Wall-E-S-T-Wall-E-S-T-Wall? Ja, was... Was ist das? Kinder sind es so schwer, oder? Es ist aber auch so. Kroerlut für den E-St-Wall-E-S-T-Wall ist wie ich Krowerle die Krowerle... Oh, ich habe mich immer wieder mit meiner Frau zu sein. Oh, ich habe gerade gesagt, dass ich mich gerade erzähle. Wer? Ich bin der Ingenieur! Hey, ich bin der Ingenieurin. Ich weiß sehr gut, aber... Hey, ich bin der Ingenieurin? Ich bin der Ingenieurin. So、 so ist. Jetzt habe ich das gesagt. Also... millionaire ist das Schmig. was gleich ein?" Nein, nein. Doch, falsch ist das. Ich凡 die植... Also k holds dich lidt. Ei, da. Ich habe es mir erklären, wenn man mich auf ihr ausseite against. Kro war dass. Das ist das Kroh-Wall. Kroh-Wall? Was ist das Kroh-Wall? Was ist das Kroh-Wall? Ich glaube, es ist das Kroh-Wall. Ich glaube, du hast es so ähnlich. Du hast es, dass du die Geschichte von den Kroh-Wall zu vertreten. Das ist das Kroh-Wall. Ja, dann... Du hast es? Du hast es? Ich denke, dass du so lustig, wenn du so lustig, dass du so lustig, was du so lustig, was du so lustig? Fröhlich ist das Kroh-Wall zu benutzen. Sie sagt, dass ich, die Geschichte überführen für Sie. Sie hat sich ganz schrecklich, dass Sie das Kroh-Wall zu haben. Wie soll ich das Kroh-Wall zu verwenden? Sie bet仰Gee? Was ist das? ... ... ... ... Ich bin nicht so gut. Ich verstehe... Ich habe ein zweifel von mir geholfen. Ich würde mich gleich mal beitragen. Was hast du da? Ich habe noch nicht mehr Kraft. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das jetzt nicht übernehmen. Oh, nein. Ich habe auch lange ein Gespräch mit dir. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Was soll ich dir erzählen? Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich hab nur gesagt, dass ich zu einem großen Verlangen habe. Ich habe sich nicht verletzt, was ich nicht so... Ich weiß, dass ich das nicht weiß. Es wird bald beginnen. Oh! 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 Ich dachte, wie es so sehr. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist nicht klar. Keine Ahnung! Ich werde es sicher. Insofern, nach vorne! Was ist das? Oh, das ist ein Lichter! Lichter! Das ist ein Lichter aus dem Himmel. Das ist nicht das Lichter. Das ist nicht das Lichter. Das ist ein Lichter. Hör, das ist ein Lichter aus demccage. Ne, hat er sich nicht so gut verletzen? Hat er noch nicht so gut aussieht, aber es ist ein Lichter. Das ist ein Lichter. Das ist ein Lichter aus dem Hintergrund. Nein, das ist nicht so gut. May Ile, das ist nicht so gut. Ich bin ein Lichter. Das ist ein Lichter. Das ist nicht so schade! Sie sind so in dieser Situation? Wie machen Sie das? Wie können Sie das? Wenn Sie das so weitergehen, dann wird die Welt zerbrochen. Das ist nicht so, was ich. Aber jetzt müssen Sie sich nicht überprüfen, und die Menschen nicht überprüfen. Ja, das stimmt. Das ist alles, was ihr? Ich bin es, wenn ihr euch wieder mit uns geht. Wir haben uns wieder hier. Wir werden nur noch ein paar Mal wieder aufschauen. Wir werden nicht sagen, dass ihr nicht mehr. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Ach so, wir werden es nicht mehr Zeit auf dem nächsten Mal. Ich habe keine Zeit, oder? Ich habe es nicht mehr Zeit. Ich habe es nicht mehr Zeit, oder? Ich habe es nicht mehr Zeit. Und wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich habe mich gefragt. Oh nein! Nepco und Plurut sind die Menschen in Sicherheit. Nepgea und P-Sche sind die Verkaufs oder so. Ich mache meine Informationen. Ja, ich verstehe. Ich bin gut. Ich bin gut. Das ist super. Aichan, kackio. Kompas, wir werden auch das machen. Na. Ich... 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 Ja, das hat ziemlich gedauert, weil es nicht so gut ist. Eine lange Cutscene war. Mhm. Gut, äh, ich werde jetzt hier einen Schnitt machen. Das war... Hyperdimension Neptunia Reaper Free Regeneration. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfitt euch!